Was dann kommt, das wissen wir noch nicht. Denn so wie das neue Lichtkonzept sich darstellt, so ist zumindest mein Kenntnisstand, geht es mit den Sternen nicht. Und es passt ja auch nicht, wenn dort die Leitungen über die Hallestraße sind und man hat da tolle Sternen eventuell stehen mit LED. Und dann ist dieses Schlimme, braucht ein Zusatz über der Hallestraße, permanent zu sehen. Da muss schon letztendlich dann auch noch was passieren. Und da stehen wir sicherlich und da müssen wir auch mit der Stadt in Kontakt treten. Denn allein die Sterne haben ein Budget von ca. 25.000 Euro in der Investition. Deswegen müssen wir jetzt auch so ein bisschen mal gucken, was kommt da auf uns zu.